Hey meine lieben Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich mit euch Clash of Clans antocken. Ja, das haben wir schon zweimal gedreht, aber ja, das spielt gerade ein bisschen im Trend. Genauso wie Clash of Clans, was riecht ja, Clash Royale. Ja, deswegen wollte ich das Spiel spielen, da es euch auch ein bisschen gefallen hat. Ja, heute habe ich Magia Level 3 geschafft. Sieht ziemlich geil aus. Ja, mir geht's auch so. Also, wir können gleich noch angreifen. Und, ja, letztes Mal habe ich mich schon mal nicht angeregt. Dieses Mal wird es aber so sein. Und ich, ihr seid live dabei. Okay, nicht genau live, aber ihr werdet es sehen. Okay, und noch was. Wir haben den Drachen Level 3 bekommen in der Clarenburg. Ja, genau, das haben wir. Okay. Wir gehen mal in einen Kampf. Wir haben nicht gerade nicht die besten Truppen, aber es ist noch okay. Es geht. Alter. Nee, 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 oder? Nee, nee. Also, nee, nee, nee. Wir kommen auch nicht. Genau, Alter. Also. Lol. LOL. Geil! Alter, geil! Wie... Äh... Ja, genau. Also... Äh... Besser? Komm, wir warten noch, bis wir tot sind. Das ist nicht mehr lang. Also... Ja, die sind lebendig. Wie viel Kraft, wie die haben, wie viel Leben schon wieder geklappt. Also... So... Hm... Dann... Es ist immer noch voll. LOL. Okay. Ist aber mir egal. Also... Wie... Weiter... 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 Leute! Ich gehe was! Ich... Cutte kurz! Und dann bis gleich! Ich glaube, wir haben einen gefunden. Oder? Ich glaube... Leute! In 3 zu 1 greifen wir ihn an. Wah, wir haben jetzt wieder gesagt. Also... Ich habe den... Wie... Ich habe den Weg. Ich gehe das. Ich gehe das. Ich gehe das glutos. Oh mein Gott. Und? Ja, ich denke, wir schaffen mal einen Stern. Hoffentlich nicht. Oh, nee. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Ja, bestimmt. Bestimmt, Leute, bestimmt. Nee. Nein, ich glaube, ich hätte die Hände nicht, oder? Ah, Mann. Mensch. Alter. Maxi hat den Klan verlassen. Also, Leute, ihr könnt gerne noch in unseren Klan kommen. Da ist noch 26 Platz für euch. Wenn ihr kommen wollt, da ist Wreck'n'Ghost. Lieber schreibt ihr einfach den Klan-Kürzel. Ihr findet den Klan-Kürzel in den, in den Kommentaren. Und ihr könnt ihn hier lieben, wo der Punkt ist. Genau wie hier. Also. Der heißt englisch Wreck'n'Ghost. Aber wir haben uns anders überlegt. Ihr, also, ihr müsst Klan-Kürzel, also, Truppen anfordern. Sondern ihr könnt für immer bleiben, wenn ihr wollt. Also. Bald wird der Punkt den Heiler haben. Ja, bald hab ich noch den Heiler. Das dauert noch ein bisschen, damit wir, ähm, Truppen füllen. Leute. Ähm. Wenn ihr dann im Klan seid, bekommt ihr direkt Älteste und könnt in global andere, ähm, Einladung schicken. Oder einfach schreiben, kommt. Alle. Ähm. Ja, genau so. Alter. Früher hab ich mal bestimmt Hallo YouTube. Schreibt mal, ähm, alle Hallo YouTube-Wetten. Wetten, Leute. Schreiben nicht. Nicht, Leute. Alle. Was noch? Eh nicht. Kann die eh nicht, Mann. Ähm. Hallo. YouTube. Machen die eh nicht. Wacht. Schreiben eh. Bei YouTube oder so. Also, und hier noch. Ähm. Hallo. Hallo. YouTube. Wetten, die eh nicht. Scheiben die eh nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die wirklich schreiben. Aber ist doch egal. Alles klar. Alles klar. Ich habe... Oh, eine Aufnahme. Eure... ...Chance. Leute. Alter, warte, warte, warte. Habe Aufnahme. Eure Chance. Smid. Leute. Grüße gehen raus an Smid. Ja. Also, Leute. Ich schreibe hier einen kleinen Mann von der YouTube. Habe... Wie heißt dein Kanal? Höhöhöh. Ah. Habe... ...aber... ...habe... ...warte. Habe... ...aber... ...nur... ...elf... ...aber... ...habe... ...hah? 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 So. Grüße gehen raus an Manuela. Äh, nein. Haha. Entschuldige. Ähm. Manuel. Und an Dark Dragon 007. Und dann noch an Krözi. Ja. Genau. Und den geht drauf. Also. Dann Leute. Ich meine... Es... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020